Ich grüße dich herzlich. In diesem Video geht es um Informationen, dass alles findet statt nur in deinem Kopf. Viele Menschen denken, es gibt etwas, aber in Wirklichkeit es gibt eine Illusion und du. Und alles, was du wahrnimmst, das ist ein Hologramm von deinem eigenen Gehirn, also deinem Gedanke. Wenn du das eigentlich begreifst, dann weißt du ganz genau, welche Macht du hast, wer du bist. Und dann weißt du ganz genau, dass jeder dein einzelne Wort, versetzt durch Gefühl, kommt in Materialisierung. Und diese Verantwortung sollen wir endlich begreifen und übernehmen. Und deswegen ist absolut etwas geschieht. Es kann man sofort verändern, indem du das einfach veränderst, wirst du jetzt durch neue Gedanken, neue Gefühle. Begreife bitte das. Ich weiß, dass es für viele Menschen unmöglich ist, daran zu glauben. Aber glaub nicht, fühle es. Ich bin so oft überrascht durch das, was ich erschafft habe. Wie einfach ist das? Du bist absolut unglaubliche Wesen. Und alles spielt nur in deinem Kopf. Deswegen alles in Ordnung. Entspanne dich. Entspanne dich und genieße das Leben. Mache es so, wie du es willst. Bewusst. Übernehme Verantwortung. Und linke das so in die Richtung, in welche du möchtest. Okay? Mache ich das. Weil das ist jetzt Zeit. Wir sind genau in diesen Moment gekommen, diesen Schritt zu machen. Erwachen. Eigene Kraft zu nutzen. Frei von Manipulation, von Information sein, sondern in eigener Verantwortung. Begreife das. Es gibt nichts, sondern du. Und dein Vorstellungsform davor, wer du bist. Du bist Gott. Du bist absolut mächtig. Großartig. Das bist du. Und das ist Wahrheit. Fülle die Wörter von mir. Und ich weiß, dass du wirst das einfach bestätigen können. Ich danke dir vom ganzen Herz. Und komm in dein eigenes Sein. Ciao. Ciao. Das war's.